Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen, schönen Episode von Spider-Man, liebe Freunde. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen an dieser schönen, tollen... Ich soll mir einen Job suchen? Nö, ich hab einen Job. Ja, an diesem schönen Tage, wollte ich sagen, an alle, die dieses Projekt fleißig mitverfolgen, Leute, vielen, vielen Dank für alle ihren Support, ohne Scheiß. Ich hab jetzt die ein oder anderen Kommentare mal hin und wieder gelesen, dass diese Spider-Man-Folgen so irgendwie purer Augenschmaus wären und einfach toll wären, purer Frieden wären und so. Also sorry Leute, ihr seid der Hammer, ihr seid wirklich der Hammer. Also jeder, der hier aktiv alles so mitverfolgt und so, ihr seid wirklich der Hammer. Also das will ich nochmal hier einfach an der Stelle sagen, wirklich jetzt, das ist heftig geil. Und deswegen machen wir jetzt weiterhin bei dieser schönen, tollen Episode. Oh, wartet mal, hier hinten ist was. Was ist denn hier los? Hi. Das Game ist unfassbar. Und ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch. Ihr feiert das Game natürlich wie ich hier. Ich feiere das übel, Leute, es macht richtig Bock, keine Ahnung warum. Wer hast du nicht drauf? Was soll denn das jetzt? Wie die mal sterben, die sind so dumm, ne, wirklich. Leute, wir haben echt, ich kann euch mal was sagen, wir haben echt nicht mehr viel. Guckt mal hier. Ach, guckt mal hier, Activision. Guckt mal da, da steht Activision drauf. Seht ihr das? Da steht einfach Activision im Spiel. Geil. Wart mal, Leute, das ist ein Thumbnail-Wert eigentlich, oder? Komm. Ich mach mal hier kurz, hier, äh, warte, Camp kurz weg. Zack. Ähm. Wartet. Irgendwie so. Da steht einfach Activision drauf. Wie geil ist das bitte? Unfassbar, oder? Hammer geil. Ehrlich. Okay. Wie dem auch sei. Äh, ja, ich find's mega cool, Leute. Ich feier das, wenn ihr das feiert. Und ich liebe das auch. Leute, es ist ein uraltes Game. Es ist halt auch so. Es ist einfach ein uraltes Game, aber es spielt halt keine Rolle. Ich glaube, die Polizei verfolgt jemanden. Es kam gerade ein Auto vorbei. Das fuhr viel zu schnell. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Ich bin sicher, die Polizei kriegt die Kerle. Aber es könnte jemand verletzt werden. Ja. Das kann bestimmt helfen. Es könnte jemand verletzt werden. Das ist aber auch nur eine Theorie. Den holen wir uns. Autsch. Was war denn das jetzt? Den holen wir uns auf jeden Fall. Leute, einfach remastert. Remastert, Leute. Hey, Pistole weg. Äh, fetter Leck. Dankeschön. Oha, der hat auch eine Waffe. Ey, Leute. Stell mal vor, ich hätte das Game... Was ich mich gerade frage. Stell mal vor, ich hätte das Game direkt zu Beginn. Sag ich mal, ich hätte das Game direkt zu Beginn quasi. Mit dieser High-End-Grafik sozusagen. Let's play it. Das wäre krank gewesen, Leute. Ehrlich. Hi. Helf mal. Was ist denn? Ich kann gerne helfen. Spidey, du musst die Gangster stoppen. Sie nehmen einen Panzerwagen hoch. Was? Was wirklich du gewinnst? Sieht doch so aus. Oder nicht? Ich übernehme das. Ist sofort um die Ecke. What the fuck? Hey, Pistole, du hast es geschafft. Ja, wie denn sonst? Autsch. Ey, Junge, weg mit der Waffe. Äh, was ist das für ein Zeug? Hä, das sind vier? Yo, das sind vier. Hä, das ist ein Losbinden hier. Alter, sind die weggeflogen. Wie die weggeflogen sind, lol. Wie der weggeflogen ist, ey. Zack. Alter, 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 alter. Da müssen wir noch einen Ballon retten oder so. Ich glaube, den Ballon können wir auch noch retten gleich. Wartet mal, Leute. Wartet, 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 wartet. Vielleicht kriegen wir den Ballon noch. Meint er? Ey. Ey. Ich will den holen. Meinst du, wir kriegen den noch? Oh, shit. Nein. Alter. Beer, ich kriege den nicht. Boah, der ist ja nur ganz weit oben jetzt. Shit. Ich muss jetzt so einen Jump machen. Ja, ich habe ihn bekommen. Wow, das war knapp. Krass. Guck mal, wie geil der aussieht. Das sind Rami-Suit, Leute. Unfassbar geil, wirklich. Also muss ich einfach mal hier an der Stelle sagen, ehrlich. Oh nein, mein Ballon. Bitte schön. Vorsichtig jetzt, wie sagt man? Mein Ballon. Ja. Wie sagt man? Eigentlich Dankeschön und sie sagt einfach mein Ballon. Auch nicht schlecht. Ja, mega geil, Leute. Ehrlich. Feier ich. Ah, guck mal, hier unten ist auch wieder was los. Hallöchen. Nur das nicht. Kann ich was für Sie tun? Spider-Man, verhindere diesen Sturz. Ey, der sieht aus wie mein alter Pizzabäcker. Oh, hier ist es wegen. So hilft mir jemand. Der Pizzamann. Ähm. Wir kommen. Ey, guckt euch mal die Gebäude an, ey. Die sehen alle so geil aus jetzt. Jetzt sind wir ehrlich. Die sehen alle so geil aus jetzt. Ey, wie viele Hellenpunkte brauchen wir? Wir brauchen noch 5000 Hellenpunkte. War noch keine Ursache. Wir brauchen noch 5000 Hellenpunkte, Leute. 5.000. Ähm. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso gespannt seid wie ich auf diese letzten Points. Ey, Leute. Wie geil sieht das Game bitte aus. Ehrlich. Alter, sorry. Aber das ist doch einfach... Hör mal, ey. Ey, Leute. Das Game wird nicht langweilig. Ich überlege sogar, ob ich nicht ab und zu sogar weiterhin solche Spider-Man-Folgen bringen soll, weil das ja auch durchaus hilfreich sein kann, ne? Also... Also wirklich so ein bisschen zum Abschalten oder so, bei den ganzen anderen Games. Spider-Man! Hilfe! Hallöchen! Probleme? Safe. Safe, Leute. Spider-Man! Ein paar seltsame Roboter greifen Leute an! Oh, nein! 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 Ein paar Tonnen Metall und die Leute rennen wie die Ameis. Nein! Hört sich nach mehr von diesen Anzügen wie bei der Option an. Ich hab' gar keinen Bock. Ich hab' gar keinen Bock, tatsächlich. Oh, das sind zwei Stück nur. Das geht eigentlich. Oh, oh, oh. Jo, jo, jo. Ist klar. Einmal kurz nach oben. Ich komm' hier sowieso nicht so mit hoch. So, ich mach' das so. Ich greif' jetzt noch einmal unten an. Alter. Okay, jetzt muss ich aber los. Ach du Schande. Ich kann ja, ich kann ja eben hier rüber. Schnell hier hoch. Hier ist was, Leute. Hier oben. Hier oben. Nee, hier an der Seite. Ich komm' gleich zu denen. Zu denen. Na los, greif' an! Ey, ey, ey! Autsch! Okay, das war gut. Ähm. Kein Problem. Genau, und jetzt kann ich direkt rüber. Ich hab' jetzt volles Leben. Alter, jetzt werde ich hier sowas von fertig machen. Junge, die greifen sich einfach selbst an, ne? Komm, 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 komm. Jawoll. Ein ist down. Jawoll. Ey, wir haben einfach... Wie viel EP haben wir dafür bekommen? Für 100, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaub, das waren für 100. Alter, ehrlich. Krank. Krank, 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 krank. Wir haben's trotzdem gekriegt, hingekriegt, Leute. Trotzdem haben wir's hingekriegt. Zu dieser schönen neuen Episode von Spider-Man. Alter Schwede. Guckt euch den Mond an. Habt ihr den Mond grad gesehen? Krass, den hab ich auch noch nie gesehen im Spiel. Also, den Mond hab ich noch nie gesehen. Also, im Allgemeinen, ne? Das Game ist einfach ein komplett neues Game. Muss man einfach mal sagen, hier an der Stelle. Wirklich. Heftig. Es sieht einfach völlig neu aus, Leute. Ja, und ich frag mich, wie das aussehen würde, wenn wir den Black Suit hätten oder so. Wisst ihr? Was wäre, wenn wir diesen Black Suit hätten? Das wär auch, äh, auch mal interessant. Ich weiß nicht, Leute. Also, ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den auch mal sehen wollt. Den Black Suit. Also, wenn ihr wollt, natürlich. Lasst es mich sehr, sehr gerne... Ach, guck mal hier. Wir haben noch ein paar Wolkenkratzer. Ops, Allah. Ja, der unten ist auch noch so eine Quest, weil die nehm ich jetzt nicht an. Hier haben wir Wolkenkratzer. Eins. Zwei. Ja, nice. Mega geil. Ja, was soll ich sagen? Das war's dann wieder mit einer weiteren Episode von Spidey, Spidey, Spidey von Netzi, Netzi, Netzi. In dieser schönen neuen Folge hier. Ich weiß gar nicht, welcher Part das jetzt mittlerweile ist. Wir haben so viel schon mittlerweile gezeigt und ich finde das so geil. Das macht auch so viel Bock. Immer noch, Leute. Immer noch. Kein Scherz jetzt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Haut rein. Euer Menek. Lasst eine Bewertung da. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.